Willst du einen geilen Übergang erstatten, Matthias? Ja, warte. Die Leute haben es auch abgefeilt letztes Mal, ne? Okay, pass auf. Wir bauen quasi ein kleines Mini-Möbelstück. Shit! Freunde, willkommen in der Wohnzimmerbergstadt. Die eine oder andere Person kennt es eventuell. Simone und Laura. Simone und Laura? Hey, Mann, das ist... Okay, also Simone und... Simone und Laura make this epic build-ice. Wir machen heute ein Projekt damit. Ich habe es selber ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Das sind drei Würfel aus Aluminium. Ein Würfel hat Material, Metal, Wood und solche Sachen. Ein Würfel hat quasi so, was ist es? Ist es Fashion Art? Und No Power Tools makes Music, irgendwie solche Sachen. Ihr wisst, Leute, LAL, ein Leben am Limit. Wir lieben die Challenge. Wir würfeln einmal und dann ist das, was liegt, zählt. Let's go! Okay, 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 okay. Also wir haben Wood, das ist schon mal gut. Houseware, also so, was heißt Houseware? So, ja, Haushaltsgegenstände, würde ich jetzt mal so nennen. Oder Haushalt? Haushaltswaren. Haushaltswaren. Und wir haben... Hey, One Day Build! Hey, geil! Hey, ist ja richtig gut. Hat das überhaupt funktioniert jetzt? Okay, 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 kein Stress. One Day Build ist ja logisch, irgendwie. Also Wood und Houseware haben wir im Prinzip. Oh, geil, Junge! Hey, ich hab mal ne Idee gehabt. Pfeffer und Salz. Jeder kennt das Problem. Pfeffer und Salz. Grobkörnig für die Küche. I love it. Ja, kein Bock auf so dieses Pulverpfeffer. Schüttet es aus und es ist in der Luft und Horachi. Nein, frisch gemahlen muss es sein in meinem Haushalt. Die stehen immer auf dem Küchentisch. Und dann stellt man die mal hin, würzt was, zack, stellt die zurück. Ja, macht das ein paar Mal. Und jetzt schaut, was passiert das? Seht ihr das? In Zeiten von Nachhaltigkeit, Freunde. Was ist hiermit? Das ist natürlich nichts. Dieses Problem werden wir mit dem heutigen Tag für immer beheben. Oder beheben. Outfitwechsel. Das ist mir zu kalt. Ich brauche noch ein Pullover. Schon besser. Los geht's. Juhu. Okay. Schritt 1, Materialbeschaffung. Let's go. Oh. Hey, das ist eigentlich total geil. Ihr wisst, Leute, mir ist es ja wichtig, immer die Sachen ganz einfach, möglichst einfache Lösungen. Einfach. Ganz einfach. Deswegen habe ich mir folgendes überlegt. Ich will ein kleines Mini-Möbel bauen. Pfeffer und Salz haben da quasi immer den Platz in der Küche. Und Pfeffer und Salz fallen dann hier durch in die kleinen Schubladen, die man dann wiederum rausziehen kann. Und dann kann man das, was da drin ist, auch noch verwenden. Es gibt zum Beispiel auch voll crazy, habe ich mal gesehen. Gibt so einen Deckel. Ja, einen Deckel. Na ja, du fängst mir jedes Mal an. Nimmst du, willst was würzen, machst den hier. Na ja, du machst dir hier einen Deckel ab, legst den Deckel weg, würzt dein Essen, nimmst den Deckel, machst den Deckel wieder drauf, stellst. Nope. Irgendwie denke ich mir, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, mit den Schubladen gerade anzufangen. Und wenn das ganze Ding nur aus Holz ist hinterher, das sieht irgendwie so aus. Nee, das ist kacke. Das sieht dann aus wie so ein, wir brauchen noch ein anderes Material. Wir halten uns an die Regeln. Auf dem Würfel stand Holz. Wir haben Holz, aber wir brauchen auch noch was anderes. Es geht aufwärts, Freunde. Das ist so geil. Guck mal, was das für einen Unterschied macht. Wenn das jetzt hier drauf steht oder hier und so ein Kontrast, das ist voll geil. Wir fangen hier mit an. Okay, ausschneiden die Karre. All right, alles im Winkel. Jetzt kümmern wir uns um die Lochpositionierung. So, spannender Moment. Wir müssen ja erst mal gucken, was überhaupt hier für Durchmesser wir haben. 59, also 60. 60? Und das hier, lass es nicht 50 sein. Es ist 50. Es ist 50. 51. Alter, wie geil ist das denn bitte? Oh, ne, ne, doch nicht. Okay, ich dachte schon, ich hätte es verkackt. Ich glaube, es ist alles gut. Hey Felix, wo ist denn das Pfeffer im Saal? Äh, ich müsste eigentlich, ähm, guck mal im Wohnzimmer. Jonas Winkler, mein Lieber, wir nehmen dein schönes Stück Holz. Ich weiß nicht, welches Holz das ist. Ich glaube, es ist Äscherlenfichtenbaum. Das passt ganz gut eigentlich von der Färbung. Kurz mal glattziehen, weiter geht's. Wir haben viel auch gemacht. Was für ein Fehler. Es wäre doch viel geiler, wenn die ganze Front jetzt, die Schubladen, wenn das ein durchgehendes Holz wäre. Weißt du? Und jetzt nicht irgendein anderes Holz als Schubladen. Oh Gott, das ist voll kompliziert alles, Alter. Ich will nicht so komplizierte Bauherr haben, aber kompliziert hoch 10. Ha. Wir könnten ja einfach den Abschnitt irgendwie nehmen. Wenn wir das jetzt hier rüberziehen, die Kante ist hier. Junge, das ist doch geil. Hey Freunde. Hey. Hey Freunde, gefällt euch das Video? Ja. Let's go. Ich meine, es ist ganz schön locker so drin. Es könnte auch ein bisschen spacker sein können, aber ey, ist egal. Es geht ja, es ist okay. Es ist voll okay. Nehmen wir raus. Geil. Jetzt machen wir die inneren Circles. So, beim Testen zeigt es schon die Relevanz des Projekts. Schaut mal. Es ist viel Nachdenken heute angesagt. Das hätte ich gar nicht gesagt, ehrlich gesagt. Ich dachte, man macht kurz so und dann ist man fertig, aber dem war nicht so. Matthias, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen Fashionness hier reinbringen. Okay. Es gibt nur ein Mittel, was die Leute bei der Stange hält. Heftige Übergänge, Übergänge. Aua, Mann. Das muss man ja vorher sagen. Oh. Junge. Oh Gott, ey. Oh. Okay, los. Let's go. Ich habe irgendwie vercheckt, dass wir hier durchkommen wollen. Kein Problem. Oh Gott, ey. Alter, meine Frise, Sekunde, mal eben. Besser. Alright. So. Okay. Du bescheuert aus. Ich will nur noch das hier machen. Ich will nur noch geile Sachen bauen und fertig. Ende der Geschichte. Und davon leben können. Abonnieren statt studieren. Shit, Matthias. Fehler. Das wird ja noch abgesägt hinten komplett. Ja, ey. Den Curve einfach mit der Bandsäge abschneiden, würde ich sagen. Obwohl, lass es abbrechen. Ich breche es ab. Ist vielleicht geiler, weil der Schnitt ist ein bisschen schief. Ich glaube, wenn du das jetzt versuchen zu schneiden, ist es geiler, wenn wir es einfach abbrechen. Und zwar im Schraubstock. Okay. Ist ganz gut, glaube ich. Das passt so geil hier rein. Einfach, ich raste gleich aus. Oh Gott. Fertig werden. Alter, guck mal. Ey, unten Gewinde reinschneiden. Und dann wird das einfach zusammengeschraubt alles. Ich raste aus. Okay. Der ist das Hammer-mäßig krank. Die muss gleich noch durchgeschnitten werden, aber erst mal. Okay. Alter, das fühlt sich an wie ein Objekt. Einmal glattziehen. Los geht's. Alter. Unnormal. Unnormal. Okay, Leute. Alter. Hinten schon die Löcher. Kommt an der Wand geschraubt. Zum Schluss noch ein kleines Finish. Alles ein bisschen eingewachst. Und ich muss sagen, das Blau, die Hölzer, es harmoniert richtig gut zusammen. Mir gefällt es mega. Ich habe es in der Küche festgeschraubt. Hier ein kleiner Test schon mal. Nach zwei Wochen sieht es ungefähr so aus. Das ist eine ordentliche Portion Salz drin, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Vergesst nicht zu abonnieren. Tschüss. Bis bald. Liebe.